Mir hat das auch sehr geholfen irgendwie. Also zum Beispiel irgendwann war so einfach mal zwei Stunden Zeit und dann habe ich mir gedacht, naja, was könnte ich jetzt eigentlich machen? Und dann habe ich einfach reingeschaut in sozusagen das Quartalsding, was dort die Punkte waren und dann sagst du einfach, naja, stimmt, okay, das ist ein bisschen zu viel, das ist, das nehme ich. Und du hast sozusagen einen Vorrat an Tasks, an Arbeiten, die erledigt gehören, aber auch können und schnappst dir einfach eines davon und tust das einfach, ohne groß drüber nachzudenken. Und ich meine, man könnte es argumentieren, das ist dasselbe, wie wenn du eine To-Do-Liste hast und da kannst du einfach auch schauen, aber irgendwie finde ich, To-Do-Listen sind, was das anbelangt, sehr nervenaufreibend, weil wenn die dann einfach immer länger wird und immer länger wird und du sozusagen nur Sachen reinschaufelst, jetzt könnte man sagen, wie du gerade gemeint hast, mit der Verantwortung, das wieder rauszuholen, aber wenn du dich irgendwie zu etwas kommittest, das ist ja auch eine Idee des agilen Projektmanagements, du sagst selber, okay, das Quartal hat so viel und da bringe ich so und so viel zusammen und alles das, was da drinnen ist, das ist durchaus realistisch, das zusammenzubringen, ist das ganz, finde ich, eine andere Sichtweise. Also wenn du sagst, ich habe da eine To-Do-Liste, die geht sich auf fünf Seiten nicht aus und die Hälfte davon ist dringend, die andere Hälfte davon ist gar nicht mehr dringend, weil die hätte eh schon vor drei Monaten sein sollen. Also dieses Gefühl und dieser Blick darauf ist, finde ich, ganz anders, wenn das irgendwie so ein Manager, boah, das ist ein schwieriges Wort, ein machbarer Fluss an Dingen ist, die du zu deiner Zielerreichung bekommen kannst und schaffen kannst. Ja, du wirst. Vielen Dank.